hallo das von zu einer Folge Dokumentel wie man hat es Full Power Freezer Event ich hoffe ich bekomme jetzt meinen Special Tech Level 10 Gugget ja sauber ja das ist das Team muss ich mitnehmen mein Weg ist ja nicht drin weil der Physiker ist ja macht Sinn f fuck ich bekomme ich keinen KI komm gib mir hier KI ja gut bei dem brauch ich es am meisten ähm ähm so das oder so ordnet so ich meine Gugget hat auch Special Tech 10 und dem sein Gugget hat Special 10 das sollte nicht schwer sein als ob der 386.000 Schaden macht nein fuck fuck ich riskier's mal ich hoffe der macht nicht zu viel Schaden jetzt bin ich gefickt jetzt bin ich gefickt nein bitte nicht bitte nicht oh gut jetzt ist er gefickt jetzt ist er gefickt ich finde ich wirklich schwer ich habe jetzt nicht gerade wirklich die krassesten Charakter würde ich mal sagen so so okay 3 3 ich habe davor schon eine Aufnahme gemacht aber irgendwie ist da mein Handy einfach ausgegangen das war ziemlich komisch naja jetzt muss ich das halt nochmal machen nein warum hat er jetzt noch 290.000 vorhin 390.000 na könnte vielleicht daran liegen dass er besser verteidigungswert hat als der Ante ja ich bin jetzt noch heute hat noch ein King Yammer obwohl das hätte ich vielleicht nicht machen sollen ich glaube King Yammer war unnötig ich glaube King Yammer war unnötig ich glaube ich hätte mich einfach noch heilen sollen ich glaube ich hätte mich einfach noch heilen sollen ich glaube King Yammer war richtig unnötig scheiße egal nächsterin ist er nicht tot aber ne übernächst ist er tot oh oh scheiße nächste Runde hat er die Special fuck du musst nächste Runde sterben sonst habe ich ein Problem ich glaube ich gebe in diese Runde sogar schon ja ich gebe in diese Runde schon oder? ne noch nicht ganz ok ich glaube ich gebe in diese Runde sogar schon ich bin mir sicher dass er es schafft aber ja ich benutze es kein Ghost Usher verschwendung die beiden sollten es schaffen Goten und Goten auf der Kunde ne noch eins jawohl Halt's Maul Auto ich hoffe man hört es nicht So, jetzt sind wir fertig. Jawohl, XP. Damit danke ich mich fürs Zuschauen und wenn es mich gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.